Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Steh doch da nicht so ein Weg rum. So, das hat mich jetzt klingt man durcheinander gebracht. Ich habe etwas vorbereitet. Ich habe etwas vorbereitet und merke gerade, dass ich mega aufgetriegt bin. Ich bin tatsächlich, ich bin gerade, wow. Wollen Sie mal, was habe ich denn geraucht? Aber erstens, ich habe mir gerade meinen kleinen Finger verletzt an der rechten Hand. Und jetzt habe ich die Maus nicht mehr so richtig im Griff und merke, wie sehr ich eigentlich meinen rechten kleinen Finger benutze. Ich habe mich ein bisschen durch die Rezepte gewühlt und dachte mir, wir könnten was machen, wie zum Beispiel den Hummingbird-Feeder. Aber der ist jetzt von Alex-Mobs, das kann also gut sein, dass der für die Exotic-Birds-Mod gar nicht funktioniert. Deshalb machen wir auch den Hummingbird-Feeder dafür. So, was haben wir hier? Ich weiß, da können wir auch kurz mal nachschauen. Ich muss nur daran denken, dass ich nicht fliegen kann. Ich weiß, dass wir am Anfang, als wir uns hier angeziedelt haben, hier glaube ich einen... Hatten wir den... Was? What? What? Achso, du bist das. Ja, ja, verstehe ich. Hi, guck mal hier. Ich sehe jetzt erst, dass der sechs Gliedmaßen hat. Der hat vier Arme. Hi. Okay. Ähm, ich... Moment. So. Ich muss hier mal eben Platz machen. So, jetzt geht das besser mit der Maus. Was wollte ich gerade? Ich... Nicht schneien. Fui, fuui aus. Ach ja, ich habe die zum Wachsen gebracht. Ich musste halt den ganzen Schnee hier wegmachen, damit die großen wachsen. Und da hinten war dann schon wieder zu viel Schnee und dann ist da der kleine gewachsen. Ich dachte, wir hätten hier einen Hummingbird, aber ganz offensichtlich haben wir hier keinen. Vielleicht war der aber auch auf dem Berg da hinten. Da will ich jetzt aber gerade gar nicht hingehen. So, unbedingt. Hi. Kann man ihm weiterhelfen? Was tun sie da? Sie... Sie... Es... Ähm... Das ist einfach falsch, was hier passiert. Das ist einfach nur falsch. Auseinander. 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 So, so ist besser. Ja. Ja, ja. So komme ich jetzt hoch? Gar nicht, oder? Nee, hier komme ich hoch. Na gut. Ich hatte die Hummingbird-Feeder. Die Sache ist die, dass ich halt gerade keinen Hummingbird von Alex-Mobs zur Hand habe. Aber... Aber... Hallo? 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 Was haben sie da? Für... Aha. Ich meine... Ob ich mir hier welche nehmen sollte? Nicht, dass ich das irgendwann baue, aber ich hab's ja. Also das Kombi würde ich wahrscheinlich nicht bauen, aber... Na, haben ist besser als nicht haben. So. Was wollte ich machen? Ich wollte den Hummingbird-Feeder aufhängen und schauen, ob die... Die Exotic Birds auch an den Alex-Mobs-Hummingbird-Feeder... Meine Güte, diese Worte... Ob die da auch dran kommen, jetzt schon mal... Hier haben wir 18 vom Blauen, 18 vom Purple, 15 von Green und 11 von Red. Wir nehmen... Hier haben wir noch eins, und zwar Yellow. Wir nehmen Blau, weil wir da so viele haben. Eines bitte, danke. Und dann muss man die eigentlich füllen, oder kann man die einfach so aufhängen? Und wo kann ich die aufhängen? Sollen wir die einfach mal... Die hängen wir jetzt... Ja. Ja, gut. So. Was gefällt uns denn besser? Ich glaube, mir gefällt der hier tatsächlich besser. Aber gut. Dann machen wir den hier, und dann... 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 Dann fliegt er weg. Und ignoriert das hier voll und ganz. Ja. Ja. Ja, verstehe ich. Ja, ha. Das... Habe ich mir so gedacht, dass das funktioniert. Ich schätze mal, man muss die füllen. Aber... Also, anklicken kann ich sie nicht... Also, ich kann sie anklicken, aber es passiert nichts. Tja, dann... Dann weiß ich auch... Nee, pfui. Ja, ha. Was soll ich machen? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Bord. Hier im Schnee werde ich ihn bestimmt nie sehen. Ja, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Bitte. Ja. 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 Und dann muss ich mir etwas wegen einem ganz bestimmten Problem überlegen. Wir laufen hier mal eben durch. Oh, ja. Oh, ja. Weil... Wie sollten sie sonst über den Zaun können? Oder hier? Soll ich... Soll ich das Ganze hier einfach mal versetzen? Ich meine, ich sollte es wahrscheinlich... Ich sollte es versetzen, damit das nicht mehr passiert. Und dann... Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Und schaue, ob es wieder passiert. Jetzt holen wir mal nochmal alle hier rüber. Rüber holen wir die, so. Und dann schauen wir, ob die das wieder machen. Und wenn die das nicht wieder machen, weiß ich, es lag daran. Aber das sind halt blöde Viecher. Also, jetzt ernsthaft. Voll die blöden Viecher. So. Bleiben Sie mal bei den Villagern da hinten, ja? Das bringt gar nichts, wenn Sie da hinten im... Im... Im Eck abgammeln. Das will doch keiner. Ich will das nicht. Ich will das nicht! So. Ach, und dann habe ich ja... Nichtaufnahme. Terry war fleißig. Die hat die Hydra rausgelassen und ist dabei theoretisch... Nein. Nicht da oben. Also, eigentlich ist sie dabei gestorben. Aber dieses goldene Herz, das ich inzwischen schon erneuern musste, das hat sie gerettet. Das ist eine tolle Sache. Und ich denke, für den Licht ganz praktisch. Also, tatsächlich, weil ich dann diesen besonderen Angriff überleben würde, aber... Aber... Aber mir wird gerade kalt. Wir stellen uns eben hier hin. Hier hinstellen bringt gar nichts. Okay. Kann ich mich hier... Ja, hier kann ich mich hier hinstellen. So, rein damit. So. Ich brauche dafür wahrscheinlich richtig viele. Also, so vier oder fünf. Und ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich finde die Herz nicht. Die kann man ja auch nicht machen. Die kann man ja nur finden. Und... Ja. Nun, da müsste ich wahrscheinlich einige Stunden im Twilight Forest umherfliegen und die zusammensuchen. Könnte ich machen. Frage ist, will ich das auch? Wir gehen eben die Hydra töten. Einfach, weil wir es können. Wenn die noch da ist. Ja, die ist noch da. Und ich hoffe, dass ich sie nicht wieder von dem Post wegkatapultiere und dann wieder das Ganze losgeht mit... Sie ist frei! Sie ist frei! Oh no! Sie ist frei! Brenne! Was? Nein, du siehst mich nicht. Ich wäre dafür, dass du brennst. Aber sie brennt... Jetzt. So, und wenn ich sie jetzt zu weit wegkatapultiere, dann befreit die sich halt. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon gedacht, dass ich sie nicht tot kriege. Aber solange sie brennt, sollte das gehen. Da hat sie schon wieder einen neuen Kopf. Ich weiß nicht. Ich stelle mich hier, glaube ich, gerade zu blöd an. Und, ja, natürlich. Natürlich. Die müssen nicht treffen, die Pfeile. Ja, aber das Gift kommt, glaube ich, gar nicht bis zu mir hin. Okay. Was auch noch ist, ich habe mich noch ein bisschen weiter umgesehen und habe auch keine Nagas gefunden. Und, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen irritiert von den Mops, die spawnen oder auch nicht spawnen. Jetzt ist sie frei. Kann mir jemand sagen, warum sie jetzt frei ist? Und jetzt ist sie tot. Und irgendwas Besonderes dabei? Nein, nein, warum kriege ich immer das? Ich verstehe, du musst nicht. Und die Kette ist weg. Und das ist wirklich etwas. Da müssen sie was tun, dass die Ketten immer dispawnen. Ich meine, ich habe das Eis. Aber das ist mir schon ein bisschen, dass die Ketten dann immer weg sind. Und, naja, gut, warum ich Nagas töten, äh, Nagas, warum ich die Hydra töten wollte, weil ich einen Hydrakopf möchte. Aber die sind halt sehr selten. Äh, hier, das zeige ich euch gleich, ähm, es wird jetzt gerade Nacht. Was ich getan habe, ich habe aus diesen Blöcken diese Dinge hier getan. Ich weiß allerdings nicht, wo ich die aufhängen soll, denn hier bei mir im Haus passen sie, glaube ich, nicht so gut. Ich meine, sie sehen hübsch aus, ne? Sie sehen hübsch aus, aber sie passen nicht wirklich her. So. Ich würde die aber gerne irgendwo aufhängen. Ich weiß nur noch, äh, ich weiß leider noch nicht, wo, wohin genau. Kann man... Ich, ich will fliegen, hallo? Ich könnte, kann man die, kann man die eigentlich überall hinpacken? Ja, man kann die überall hinpacken. Okay, dann, dann packe ich die hier eiskalt in den eiskalten Stall. Hi. Und zwar hier und so und so und hier. Einfach nur, weil es schön ausschaut. Ja. Miau. Da kann man auch, man kann auch noch so ein Lizard machen, eine Eidechse. Dazu braucht man aber, äh, ähm, nicht Schildkröteneier, die, die Schildkrötenshells. Und dafür müsste ich ein paar Schildkröten züchten. Ich weiß aber nicht, wo. Und dann habe ich mir überlegt, naja, das könnte man ja dann eigentlich ja irgendwo im Zoo machen. Und dann dachte ich mir, so viel Aufwand will ich nicht. Dann habe ich das hier und das hier und das hier. Damit möchte ich craften. Also ich, ich habe mir hier einfach die Doppelkiste mal, äh, hingestellt, äh, vorbereitet. Damit ich euch die Dinge zeigen kann. Und das sollte jetzt ein Engel werden. Ich, äh, weiß allerdings nicht. Also ich glaube, dass der auch nicht böse ist, sondern halt einfach, einfach dann schick aussieht. Und den kann ich jetzt sicher mit dem Schüssel bearbeiten. Nein, so. Mhm. Aha. So, so. Ah. Lassen wir sie, die Arme nach uns ausstrecken, naja. Geht voll durch den Engel durch. Also ich glaube nicht, dass der böse ist. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht unbedingt herausfinden. Aber ich meine, der Engel ist ja ganz offensichtlich auch nicht böse, sondern eine Statue. Und hier steht... Plinther. Was auch immer das ist. Hm. Äh. Äh. Ähm. Ähm. Ja. Egal. Ich war ja in der letzten Aufnahme total begeistert vom... Ich sehe, das geht nicht, was ich mir gedacht habe. Das funktioniert so nicht. Vom... Dekorieren. Ich... Hm. Lasst mich mal schauen, ob ich das so hinbekomme, wie ich das möchte. Ich wollte nämlich die hier so hinmachen. Dann wollte ich das hier so machen. Nein, so wollte ich es nicht machen. Dann wollte ich das hier so machen. Und dann wollte ich die hier hinpacken, damit hier die Tür ein bisschen fancier ist. Aber wie ihr seht, kriege ich dann meinen Teppich nicht mehr gebacken. Also müsste ich... Wie müsste ich das denn machen, damit das funktioniert? So, oder? So funktioniert das. Dann haben wir einen Teppich direkt hier vorm Bad. Kann man machen. Ich glaube, das mache ich auch so. Ach ja, und was ich noch gemacht habe. Ich bin mir noch am verkneifen, dass wir diese Folge wieder nur dekorieren. Aber ich habe hier mal von allem so ein bisschen was vorgecraftet. Damit wir einfach anfangen könnten, wenn wir denken, so... Ja, das wollen wir jetzt machen. Schauen wir mal, was die Kiste noch zu bieten hat. Ach ja, ich habe die Eier schon mal hergelegt, aber... Dann... Ah, ah, genau. Dann habe ich hier das hier. Ich habe da nämlich noch ein paar geholt. Und jetzt können wir das Gute machen, denn... Es sieht halt aus wie so ein Tape-Roller. Oder... Nein, das ist ein Sicherheitsschloss. Jetzt! Na toll, jetzt kann ich beides drin sehen. Das ist ein goldenes Sicherheitsschloss. Ich meine, macht Sinn. Macht Sinn. Ich bin mir ganz sicher, dass das hierhin gehört. Ja, und da muss ich... Aha. Da muss ich mich nämlich entscheiden. Kann ich das auch woanders hin machen? Nein. Wobei, ich kann es, glaube ich, auch im Inventar halten. Dann funktioniert das auch. Die Sache ist nämlich, wenn ich wirklich noch mal den Lich mache, dann wäre beides praktisch. Das, damit ich gar nicht erst sterbe. Und sollte ich doch sterben, dass ich meine Sachen behalte? Nun ja. So. Ich glaube, damit wäre wieder alles voll. Nein, hier. Nein, da kommt die Flugrüstung rein. Hier. Nein, da kommt mein Rucksack rein. Okay, es ist schon wieder komplett voll. Ja. Ja. Das sind alles wichtige Dinge. Das sind alles wichtige Dinge. Und ich könnte eventuell... Ich könnte die Bücher vielleicht... Vielleicht... Ich könnte hier von nur einen mit... Eigentlich müsste ich die gar nicht mitnehmen, weil ich ja eine lebendige Gorgonen am Zoo habe. Und ich muss der ja nur die Sachen vor die Füße werfen. Ich könnte vielleicht ein paar Dinge aussortieren. Das mag sein. Wenn ich hier mal einen Goldringer kriegen würde, könnte ich das zum Beispiel rausschmeißen. Die Leather Boots brauche ich, wenn ich nicht fliege und über Powdered Snow laufen möchte. Ich könnte mir beim Bogen mal... Ich könnte den Bogen aussortieren, weil ich den so gut wie nie benutze, weil der ja einfach so viel besser ist. Ich könnte einen Sattel weg... Eigentlich könnte ich beide Sattel weglassen. Ich glaube, hier ist noch was drin, ne? Mh... 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 Ja, schuhu, schuhu... Wo habe ich es jetzt hin? Ach, da habe ich es noch. Ihr vertragt euch bitte, Leute. Ihr seid alles federfiel. Ihr vertragt euch. Nein, 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 nein. Nicht rausfliegen. Na gut. Hier geht es weiter. Und zwar dachte ich mir... Ah ja, das machen wir. Mh... Man nehme einen Tisch und die Währung von Villagern und bekommt eine Trading Station, die ich... Ich stelle den auf. Ich stelle den jetzt mal auf, nur damit ihr ihn seht. Er bringt mir hier nichts, weil ich ja alleine spiele. Aber sonst ist alles gut, ja? Stellen wir den mal hier in. Ich könnte da jetzt zum Beispiel das reinpacken. Dann würde ich den hier lassen. Und hier könnte ich einen Preis wie zum Beispiel ein Tier oder ein Stacktears oder was auch immer reinmachen. Und dann könnten andere Spiele hier an den Tisch rangehen und das kaufen. Jetzt mangelt es mir hier im Singleplayer an anderen Spielern. Aber gecraftet wollte ich ihn haben. Damit ihr das seht. Damit ihr, wenn ihr das mit euren Freunden spielt oder so, dass ihr das dann nutzen könnt. Dann gibt es hier was ganz Tolles. Man nehme Neterquarz und bekomme drei Max. Und dann nehme man die Max und packe Eisen drumherum. Und dann bekommt man eine Kaffeemaschine. Oder, ja, eine Kaffeemaschine. Eigentlich, eigentlich so. Nein, so. Kann ich den da jetzt reinpacken? Ja. Aber. Aber. Ich kann, achso, ich kann die da oben, Moment, kann ich sie hinstellen? Na, hätte ja sein können, hätte ja sein können. Ähm, ich habe hier leider kein weiteres Regal. Sonst hätte ich die jetzt irgendwo in ein Regal gepackt. So, so, so. Eine ist jetzt nicht das Schönste, aber. Ja gut, dann stellen wir vielleicht auch eine da rein. So. Ah. Ich. Ich brühe meine Tasse mit einer Tasse auf. Mhh. Ähm. Und das kommt denn hier rein? So. Ich finde, das sieht lustig aus. Und da kann man, Moment, Moment, Moment. Hab ich? Ich habe. Ich glaube, ich kann nämlich einen Sweetberry Tea oder sowas machen. Dann schauen wir mal, ob das geht. Ja, ja, wuhu, 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 wuhu. Moment, da muss ich ja die leere Tasse reinstellen. Also Sweetberry Juice, Sweetberry Tea, irgendwie sowas. Sweetberry Juice. Okay. Dann packen wir die hier wieder rein. Und sieht man das dann nicht? Ich dachte nur, dass man die vielleicht auch sieht. Sollen wir die mal trinken? Schlüffel, 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 schlüffel. Okay. Tolle Sache, tolle Sache. Dann wollte ich euch hier was zeigen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich euch zeigen wollte. Ach ja. Genau. Ich war im Neto unterwegs. Und habe zwei Stacks Gold mitgenommen für ein Schweinchen. Und das ist, was rausgekommen ist. Kein einziges Goldringerl. Ich war wirklich am verzweifeln. Was ich hier mitmachen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die anziehen. Man kann sie nicht anziehen. Ich habe keine Ahnung, wozu die gut sind. Und ich habe absolut keine Ahnung, wozu die gut sind. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem das hier. Bisschen Obsidian. Ich meine, das ist alles. Wer braucht denn das? Ich finde, das ist im Neto gerade, wenn ich zum Brennen neige, ganz nett. Aber sonst waren die Sachen schon sehr... Die Spectral Arrows benutze ich nicht. Und Nichtaufnahme Terry darf das wegsortieren. Ich habe da gerade keinen Bock zu. Die arme Nichtaufnahme Terry. Dann dachte ich mir... Ich meine, ich habe es vielleicht etwas übertrieben. Mit vier Stacks. Aber ich dachte mir, eigentlich könnte ich mal ein paar... Blöcke... Wo mache ich das denn jetzt am besten? Könnte ich mal ein bisschen verwittern lassen. Und dazu zeige ich euch, wie das geht. Man setze... Ich mache das auf die Zaunpfähle, damit wenn ich sie weg mache, ich besser weiß, wo ich das nächste wieder hinsetzen muss. Dann muss ich nicht ständig alles abzählen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen das Gras weg, damit wir hier Platz haben. Und das sehen können. Ach, übrigens, wir haben ja jetzt Late Winter. Ist die Farbe hier in der Savanne nicht schön? Im Sommer ist das so ein dreckiges Braumgrün. Aber gerade ist das hier voll schön. Dann machen wir eins, zwei, drei, vier, Batz. Eins, zwei, drei, vier, Batz. Eins, zwei, drei, drei, vier, Batz. Und hier dann auch eins, zwei, drei, vier, Batz. Dann machen wir das im selben Abstand noch einmal. Irgendwas rauscht hier, oder? Rauscht hier was? Ja, da rauscht was. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, Batz. Ich glaube, so viele Sauen-Dingenskirchen hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock hier zu terraformen, um mehr Platz zu haben. Wir machen jetzt einfach so, wie es geht. Dann kommt hier eins drauf und hier eins drauf und hier eins drauf. Jetzt fragen sich die meisten von euch natürlich nicht, warum ich das mache, weil die meisten von euch ja auch Profis sind und genau wissen, warum das so sein muss. Aber manche, der ein oder andere, der halt vielleicht das doch nicht weiß, der wird sich fragen, aber Terry, es wäre viel Platz sparender, wenn oder so. Jetzt machen wir das mal so, so, so. Hier hinten will ich keinen Sinn. Das ist doch so. Ah, nicht getroffen. Das ist doch so viel Platz sparender. Ja. Also, ja, ist es. Moment. Ich will das gerade in einer Flucht haben hier, deshalb mache ich das so. Es ist Platz sparender, aber es dauert auch sehr viel länger. Und damit ihr das seht, werden wir das hier einfach mal so stehen lassen. Dann können wir das überprüfen, dass die, okay, jetzt könnte man auch sagen, ja, die paar wenigen hier, das ist ja klar, dass die schneller dann verwittern als die da. Nein, nein, die verwittern schon deutlich schnell. Eins, zwei, drei, vier, Batz. Mühnchen, das finde ich gerade nicht gut, wo du bist. Meine Güte, bin ich erschrocken. Ich meine, ich fliege ja, mir kann ja eigentlich gar nichts passieren, aber meine Güte bin ich gerade erschrocken. Ich glaube, wenn ich hier den hinpacke, dann geht das nicht so schön. Deshalb machen wir es jetzt so gut. Leute. Oder mache ich den Baum eben weg, damit ich hier, ich mache den Baum eben weg. Hatte ich eigentlich nicht vor, hier da irgendwie bloß zu terraformen, aber ich mache den weg, damit ich den letzten Block noch setzen kann. Wisst ihr was, wenn ihr mir so kommt, dann machen wir das ganz anders. Dann kriege ich jetzt mal wieder den Effekt, oder? 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 So, dann lege ich mich nämlich hier hin, wo ich dann gleich mal meinen Spawnpunkt setze. What? Ist doch nicht dein Ernst. Aber hier ist doch Feuer. Gut, dann fliege ich eben nach Hause. Motz, Zeta. So, hier ist nicht mehr kalt. Dann habe ich wenigstens mein richtiges Bett. Und wenn ich schon gerade so im Zeigen drin bin, machen wir auch gleich das noch mit den Feldfrüchten. Da hat schon angefangen. Da habe ich doch gerade eine Maske aufgesammelt, oder? Ach, was ist egal, ich räume es weg. Ist okay, ich räume es weg. So, und hier, das möchte ich weg haben, damit das auch wirklich... Ich weiß nicht, ob das eine direkte Verbindung zum Himmel haben muss. Wir machen das jetzt mal so. Gut. Ich lasse... Ich nehme die Sachen wieder mit. Ist okay, ich nehme die Sachen wieder mit. Und die zu vielen Zäune sind kein Problem. Die kann ich wunderbar im Zoo dann verbauen. Ich glaube, ich lasse einfach mal alles hier, was geht. Ich will meine Inventalie haben. Zack, 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 zack. Ja, 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 naja. Wie ihr hört, ist mein... Nein, ist mein Hals immer noch nie so ganz, ganz in Ordnung. Ich finde das sehr irritierend, dass das passiert. Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Ich habe nicht vor, das zu verbauen. Ich wollte es euch nur zeigen. Das sind, wie heißt das eigentlich? Arrowslits. Und Gothic Window. Ich fand das einfach irgendwie lustig. Wenn ich eine Burg baue, könnte ich das sicher gut verbauen. Dann könnte ich das so machen. Und ich weiß gar nicht, ob man die nebeneinander setzen kann. Man kann sie zwar nebeneinander setzen. Ich finde, hier sollte, glaube ich, ein Glas drin sein. Ich bilde mir an, dass da zumindest ein Glas reingecraftet ist, aber man sieht nichts. Das sieht halt voll fancy aus, finde ich. Und sehr burgig. Ich lasse das mal so da, dann können wir es uns immer wieder anschauen. Also, burgig. Das sieht voll burgig aus. Dann wollte ich diese Bäume anpflanzen. Und jetzt kommt mir so, ich habe ein Problem. Diese blöden Bäume, die wachsen mir ja nicht. Aus welchem Grund auch immer wachsen ja viele Bäume hier einfach nicht. Aber ich werde sie jetzt trotzdem pflanzen. Ich muss mir nur gut überlegen, wo. Was macht die kleine Pflanze da hinten? Sie pflanzt vor sich hin. Wir machen das da unten, weil diese Bäume die Umgebung denaturalisieren, wenn man das so nennen will. Und das brauche ich jetzt nicht unbedingt oben bei mir. Deshalb machen wir das hier unten. Also nicht alle machen das, aber... Also der Sort, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so den Planen, wie das funktioniert mit dem. Da müssten wir wahrscheinlich eine Kiste aufstellen, damit man was zum Sorten hat. Zum Sortieren. Aber das schmeiße ich jetzt weg. Das will ich nicht mitnehmen. Dann hätten wir hier Tree of Time. Keine Ahnung, was der macht. Absolut keine Ahnung. Tree of Transformation. Ich weiß es nicht. Er darf viermal transformieren. Miners Tree sollte bewirken, sobald er gewachsen ist, dass die ganzen Erze, die hier unten drunter sind, ich glaube in einem Radius von, keine Ahnung, langsam nach oben kommen und dann hier statt der Erde erscheinen, was eine tolle Sache ist. Und dann haben wir den Sorting Tree, wo ich absolut nicht sagen kann, was der tut. Gut, ich setze den mal so, so... Soll ich den mal hier hinsetzen? Ich glaube, der ist weit genug weg von den Sachen, oder? Äh, ja, genau. Genau, so machen wir das. So. So, und jetzt müssen sie halt, wie ich, ich gehe, Sekunde, ich gehe Bauernmühle holen, wenn es denn, wenn sie überhaupt wachsen. Wenn sie überhaupt wachsen. Wobei das sind jetzt einfache und keine zweimal zwei Dinger, ihr wisst schon. Vielleicht funktioniert das auch, nö, jetzt tropfe ich schon wieder. Ach, Mensch. So, wie ihr seht, verwittert hier alles ganz fleißig und hier verwittert halt im Moment gar nichts. Ich meine, mir ist es egal, weil ich habe die Zeit, also soll es halt einfach länger brauchen zum Verwittern. Das Dach da ist ja auch verwittert. Ja, okay, okay, oh, oh, ich hoffe, dass du da, ähm, okay, ja, du bist klein, das funktioniert. Ich weiß halt nicht, was der tut, keine Ahnung. Und der, also bei, ach, hör mir auf, der, der stellt eine Spitzhacke da, ist das lustig. Schöne Blätter haben die, schöne, also ich meine, da könnte man, wenn man da so, wenn man da so ganz nah dran ist, dann könnte man denken so, yeah, ja. Ja, sollen wir kurz warten, ob der was hochholt? Ich glaube, wir warten mal ein bisschen. Was jetzt dieser Baum macht, ich, ich, oh, nein. Der, zeigt der nur die Zeit an? Zeigt der einfach nur die Zeit an oder kann man da was machen? Ich kann aus- und einschalten. Ich kann ihn aus- und einschalten. Ich, ich seh dich. Wow. Ich seh dich. Ich kann nicht lauter Thumbnails machen, wo immer nur du zu sehen bist, Mister. Uah. Ach ja, äh, erinnert ihr euch dran, dass ich mal gesagt hab, wo wir durch den Neter sind? Da springt irgendwas die ganze Zeit rum, habt ihr das gesehen? Das ist er. Er kann im Neter, äh, also ich find's lustig, dass man da sieht, dass er sich tatsächlich teleportiert und er scheint sich im Neter nirgendwo hinstellen zu können und dann teleportiert er sich die ganze Zeit rum. Fand ich, fand ich sehr missang. Was? Es tickt. Es tickt. Aber, jetzt bewegen sich die, Moment, wenn ich ausmache, bewegen sie sich nicht mehr? Doch, sie bewegen sich. Jetzt tickt's nicht mehr. Was tut der Baum? Ich meine, du kannst nichts tun, du willst irgendwas sortieren. Ach, schau mal, da bewegen sich die Blätter auch. Ja, dann bewegen sich die Blätter doch auch, ja, genau. Aber, hier tut sich nichts. Oder dauert es so lange? Es kann natürlich, ich muss den anschalten, alles klar. Dann schalten wir den doch einfach auch mal an. Moment, dann schalten wir den auch an, dann versucht er zwar irgendwas, was, oh mein Gott, das Auge, nein. Nein, da. Hey, hey, hey. Hey. Es, es, also erstens, ich sehe, was der transformiert. Ich sehe, was der transformiert. Der macht hier einen Enchanted Forest raus. Ich meine, das lassen wir, lassen wir ihn das tun. Der verändert hier das Biom. Moment, kann man da vielleicht noch mehr machen? Nee, man kann nur ausschalten. Okay. Der darf hier einen Enchanted Forest draus machen. Wisst ihr was? Wir machen die ganze Savanne hier, Enchanted Forest, habe ich gerade beschlossen. Das ist sehr cool. Das finde ich gerade mega cool, das machen wir. Das darf er machen. Schaut mal, man kann so richtig zuschauen, wie er hier die Dinge verändert. Und hier kann man zuschauen, wie die Erzen nach oben kommen, das finde ich auch sehr lustig. Und dadurch, dass das hier ein Enchanted Forest ist, ist es ja nicht mehr Savanne, das heißt, es liegt halt dann Schnee statt Regen. Also es regnet zwar trotzdem, Moment, bringt das was? Nee, es regnet trotzdem. Ähm, was die Zeit macht, ich weiß es nicht. Ich, verändert das die Tics? Ich möchte mal schauen, ob das vielleicht einfach nur die Tics verändert. Und dann dieser Block zum Beispiel schneller, 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 schneller. Okay. Also Transformation, check, habe ich kapiert, was das macht. Mining Tree, oder Miners Tree, check, habe ich kapiert, was das macht. Finde ich lustig, finde ich sehr, sehr lustig. Was der hier jetzt macht, also scheinbar nicht das. Ich setze ihn mal zurück, den Block. Vielleicht, dass die Tiere schneller erwachsen werden? Würde Sinn machen, oder? Ich glaube, du darfst dir eine Pause gönnen, du hast hier schon echt viel transformiert. Oh, das Grün, das sieht voll cool aus. Ich mache hier dann einen Regenbogenwald, na, ist klar. Also wenn es hier ein Enchanted Forest wird, dann mache ich hier einen Regenbogenwald, das sollte jedem völlig klar sein. Und dann würde ich tatsächlich so ein paar von den Bäumen hier stehen lassen, weil, boah, weil ich es kann. Seht ihr, wie schnell die verwittern im Vergleich zu denen, die beieinander liegen? So ist das. Dann, dann habe ich ein Problem. Ich habe hier die Sachen für die Moosfarm zusammengesucht, aber ich habe mir nicht mehr angeschaut, wie genau sie jetzt gebaut werden muss. Deshalb machen wir das von anders, weil ich nicht weiß, wie es geht. Und ich könnte jetzt natürlich das Video eben auf dem Handy aufrufen und dann immer aufs Handy schauen. Aber ich möchte mich trotzdem vorher noch mal damit befassen. Gut. Das, das, da fällt mir ein, ja. Ich wollte, nein, ich wollte so viele Sachen. Ich wollte so viele Sachen machen, aber jetzt eins nach dem anderen. Erstmal packen wir das wieder zurück. Dann wollte ich, wie ihr seht, habe ich ja so ein paar Hölzer aus dem Twilight Forest mitgebracht. Daraus wollte ich jeweils eine Kiste machen, weil ich die voll schick finde. Ich weiß, ich habe schon Kisten. Das ist Betrug. Ich habe schon Kisten. Und da muss eine Kiste in die Mitte. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist gut, das ist gut soweit. Dann müsste das ja so gehen. Moment, ich kriege dann zwei raus. Oh, okay. Okay. Okay, ich bin, ich bin total dabei, dass ich zwei rauskriege. Und ich finde gut, dass es ein anderes Rezept ist, sodass ich nicht eine normale Minecraft-Kiste bekomme. Und dann, also ich habe die hier schon, das ist ja alles ganz wunderbar. Jetzt habe ich halt ein bisschen mehr. So, hier haben wir Twilight Oak. Und nein. Oh, oh. Nein, nein. Wetten, meine Aufnahme ist gerade abgestürzt, weil auf meinem Mauszeiger dieses Warte-Rädchen war. Oh, nein. Also, ich werde jetzt einfach weitermachen und hoffe, dass die Aufnahme gerade auch weiterläuft. Wenn sie es nicht tut, dann werdet ihr das hier eh nicht hören. Und dann werde ich ganz viel weinen und weiß nicht, was ich tun soll. Halt, ich wollte noch was mitnehmen. Und zwar hatte ich mir gedacht, wenn ich unten im Keller meine Feldfrüchte habe und da werde ich ja dann so viel anbauen, dass ich gar nichts mehr haben will. Weil, wie macht man den Kompost jetzt eigentlich nochmal? Ich glaube, so war das, oder? Yay. Dann, wenn mir dann die Feldfrüchte übrig bleiben, dann könnte ich die eigentlich kompostieren und dann Bone Meal bekommen. Und das wäre voll praktisch. So, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob unten im Keller Feldfrüchte reif sind. Das schauen wir uns jetzt aber einfach mal an. Wir werden da schon was finden. Ich habe dann auch überlegt, ob ich Drawer unten reinpacke und dann die Feldfrüchte da reinpacke, damit ich nicht immer laufen muss. Aber dann ist das Lagerhaus ein bisschen unsinnig und deshalb, deshalb nö. Ja, sehr schön. Ich brauche das hier, weil damit werden wir jetzt ernten, denn das Ding hat Glück drauf und dann ernten wir ein bisschen mehr. Und da ernten wir jetzt einfach mal die zwei Reihen ab, damit wir was haben. Wie ihr seht, kriege ich da ganz schön was raus. Ich weiß, ich war mal wieder ein bisschen größenwahnsinnig. Geplant ist für die Zukunft, dass jede Feldfrucht eine Reihe kriegt. Ich glaube, es kommt hin. Ich habe noch nicht durchgezählt, aber es sollte eigentlich so hinkommen. Und die, die ich vielleicht mehr brauche, wie zum Beispiel Baumwolle, Weizen, Kartoffeln, da kann ich dann ja noch mal ein paar Reihen mehr machen da hinten. So. Und dann nehmen wir, pass mal auf, das ist der erste Versuch und das ist eins der Karotten, eins der Kartoffeln. Und das ist der zweite Versuch mit derselben Anzahl an Dingen. Ja, das ist wichtig, damit wir einen verlässlichen Vergleich haben. Und hier, Moment, lasst mich das mal eben zur Seite machen. Hier machen wir das abwechselnd in Reihen mit jeweils einem halben Stack. So. So. Und dann machen wir eine andere Reihe. Also es soll sich abwechseln, damit das auch wirklich als Reihe erkannt wird. So. Zack. Dann kommen wieder Karotten. Dann haben wir vier Reihen, die sich abwechseln. Und wieder Kartoffeln. Und dann machen wir hier auch nur Kartoffeln und Karotten, nichts anderes. Aber da setzen wir die am Block aneinander. Also nicht in Reihe, sondern, wie ihr seht, dieselbe Menge an Sachen, aber halt alle am Stück beieinander. Und dann schauen wir später mal, ob das verschieden schnell wächst. Und dann wissen wir das. Dann wissen wir Bescheid. Dann möchte ich hier eben auf jeden Fall trotzdem noch einen Komposter haben. Dann kann ich nämlich viele Sachen, die ich... Achso, da habe ich noch... Ah ja, ich verstehe. Da habe ich noch keinen Boden rein. Stört mich das jetzt oder stört mich das nicht? Ich glaube, ich kann das ignorieren. Ich glaube, ich kann das sehr gut einfach wegignorieren. Und dadurch, dass das hier Slaps sind, kann ich die Kiste trotzdem aufmachen. Yeah! Genau! Jetzt könnten wir hier stehen bleiben und warten, aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig. Und ja, ich habe die Felder ein bisschen früher gesät als die, aber ich glaube, dass das vernachlässigbar ist. Ich denke sehr stark, dass das vernachlässigbar ist. Und solltet ihr euch wundern, warum das hier noch ungepflügt ist, das hat einen Grund. Und zwar, damit ich, wenn meine Hacke eben angenudelt ist, ich hier pflügen kann, um Erfahrungspöpsel zu bekommen. Und dann ist meine Hacke nämlich nicht mehr angenudelt. Und solange ich hier gar nichts anpflanzen will, lasse ich mir das so als nebenbei XP-Farm quasi einfach mal so hier lasse ich das. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach den hier machen. Dann habe ich wieder was zu tun, aber nein. Und der, das Leuchtfeuer, das ist, genau, das ist einfach nur mein ganz toller neuer Katzenbaum. Nein, das ist noch hier, weil, tatsächlich könnte ich es inzwischen weg machen. Ich war vielleicht nochmal so ein ganz klitzekleines bisschen wahnsinnig. Nur so ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleines bisschen, so viel ungefähr, so dritter Keller mäßig. Ich hatte da einfach Lust zu. Außerdem habe ich das gemacht, als ich krank war und eh nicht reden konnte. Und das war es. Ich möchte Minecraft spielen. Ich möchte aber eine Betätigung, wo ich nicht denken muss, weil man mit Schleim und Bazillen verseucht das Hirn eh nicht funktioniert hat. Wisst ihr, was da hinten steht? Ich weiß genau, was da hinten steht. Jetzt sollen wir mal hingehen. Ich glaube nicht, dass ich den abschießen kann oder soll ich das? Ich versuche mal, den abzuschießen. Ich weiß nicht, ob das geht. Na, da tut es der auch. Interessiert den Herrn nicht. Habt ihr das gehört? Also, es interessiert den Herrn überhaupt nicht. Und unsterbbar. Dann habe ich hier eben meine ganzen Ärzte mal wieder aufgebaut, damit ich was zum Abbauen habe, mit Glück. Dass hier oben noch nichts spawnt, wundert mich ein bisschen, nachdem die Fackeln hier bestimmt nicht alles ausleuchten. Aber hey. Und dann dachte ich, das da oben stört mich doch ein bisschen, weil es so komplett wild aussieht. Mache ich doch hier unten was rein. Und da, wie ihr seht, ich glaube, ich kann damit jetzt aufhören. Da erntet es sich sehr gut. Ich sollte, wisst ihr was, das machen wir aber nicht heute. Ich sollte im Neta mal so ein kleines Kabuff um mein Portal herumbauen. Dann sollte ich da eventuell den Waystone aufstellen. Was ich ja schon seit, ich weiß nicht, wie lange vorhabe. Und da könnte ich dann so eine kleine Farm reinbauen, auch mit Netawarzen und so. Andererseits ist es dann natürlich nie geladen und wächst nicht. Ja, das ist ja irgendwie dann doof. Ich muss mir da mal was überlegen. Aber eigentlich möchte ich den Neta tatsächlich ein bisschen ausbauen. Nur also den Spawn da, wo ich rauskomme, damit ich da ein bisschen sicherer bin. Wir schauen mal kurz. Ich meine, es kann nicht viel passiert sein, aber wir schauen trotzdem mal kurz. Ja, es ist noch nicht viel passiert. Und hier habe ich einfach mal ein paar Feldfrüchte angepflanzt, von denen ich nur ganz wenige hatte, damit ich mein Lager etwas aufstocken kann. Und es ist alles noch sehr wild und ungeplant. Da muss ich noch so ein bisschen... Ich meine, ich würde dann eh sortieren... Moment, es sind ja neun. Und ach ja, was ich auch noch gemacht habe, es ist noch ein bisschen... Ich wollte sagen, es ist noch ein bisschen wild und unsortiert. Das macht aber nichts, nachdem die Felder hier eh alle neu bestückt werden. Und hier habe ich mir gedacht, schau ich mal, wie viel rauskommt. Und das sind hier drei, zwei, drei, 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 also drei, vier. Es kommen bei dem Supremeen Farmland nicht mehr raus. Das ist wichtig zu wissen, weil ich dachte, dass ich für die Feldfrüchte hier vielleicht einfach ein gutes Farmland nehme, damit mehr rauskommt. Es kommt aber nicht mehr raus. Es hat keine Auswirkung auf die normalen Feldfrüchte. Das heißt, ich werde bei den grünen Feldern bleiben. Und die grünen Felder mache ich nur deswegen, damit, wie ihr seht, ich nichts mehr kaputt trampeln kann. Das ist das Einzige, warum die grünen Felder für mich Sinn machen. Was ist denn das hier immer? Ich höre hier ganz komische Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört oder ob ich hier schon halluziniere. Ich höre wirklich komische Dinge. Ich höre Dinge. Ich sehe tote Menschen. Das mache ich auch eben, eigentlich nur, damit ich die Reihe hier endlich mal fertig bekomme. Bis ich die fertig habe, ist mein Lager voll mit diesen Eiseszenzen. Dann brauche ich es nicht mehr, aber gut. Eigentlich wollte ich hier, wie gesagt, eine ganze Reihe haben für Eis, für den Sommer. Also das war für den Sommer schon vorgeplant. Dass, falls es hier doch sehr heiß werden sollte und ich mein Zuhause runterkühlen muss, damit ich nicht verbrenne, dass ich hier schon so ein bisschen Eiseszenz habe, mit der ich dann arbeiten kann. Moment, ich habe ja gesagt, der ist weg. Vielleicht ist der inzwischen hier. Aber ist... Ja. Nein. Da ist ja eigentlich nichts drin. So. Muss ich damit irgendwas draufklicken? Wartet mal. Ich... Ne. Ambrosia. Exotic Birds. Ich bilde mir ein, dass man das Ambrosia da reinfüllen kann. Und dazu brauche ich Sweetberry, Apple und Honey. Und das machen wir doch einfach mal. So. So. Ich hoffe, es ist egal, wie man das... Candid Apple. Wuhu. Gut. Und dann schauen wir mal, ob wir das da reinmachen können. Ne. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Ja gut, jetzt habe ich Ambrosia. Wozu auch immer. Äh. Bum. Ja. Ah, ich habe das Glas zurückbekommen. Immerhin. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, wenn der Mod an sowas denkt. Dass da nicht einfach alles weg ist. Ich hatte auch schon Mods, wo du dann einen Kübel Wasser gebraut hast. Und dann war halt der ganze Kübel weg. Und man denkt sich so... Hast du den Kübel da mit rein gecraftet oder was? So. Und die Dinger hier möchte ich eigentlich auch noch weghaben. Die Eiszapfen-Dinger. Die Essenzen. Die Eisessenzen. Wenn ich aber jetzt schon mal nochmal hier bin, dann würde ich tatsächlich das hier in der Mitte nochmal ernten. Weil das sind die doch noch eher seltenen Essenzen. Vielleicht auch deswegen, weil ich davon nicht viel angepflanzt habe. Und ja, von Stein fehlt mir noch ein Pflänzchen, weil der einfach partout... Also die Stein-Essenz will partout keine Samen rausrücken. Und hier das auch nicht. Die Korallen-Essenz, die möchte auch keine Samen oder nur sehr, sehr spärlich. Slime muss ich mal schauen... Also Stein, Koralle und Slime brauche ich noch. Mal schauen, ob da jetzt was dabei ist in dem bunten Wirrwarr, das hier zu meinen Füßen ist. Und das Flapp-Flapp geht mir jetzt so auf den Keks, weil da immer steht Dragon Flaps und ich kriege voll die Herzattacke deswegen. Dabei sind das nur die blöden... Hippogriffs, ich wollte schon Hieroglyphen sagen. Das sind nur die blöden Hieroglyphen, die da flattern. So, Stein. Stein kam nichts raus. Koralle kam auch nichts raus. Und Slime kam auch nichts raus. Was ich übrigens noch ansprechen wollte, das darf ich nicht vergessen. Ich werde kommenden Donnerstag wieder streamen auf Twitch. Das muss ich ganz deutlich dazu sagen, damit es nicht wieder Verwechslungen und Irritationen gibt. Ich werde auf Twitch streamen. Und zwar nicht diese Welt, sondern die Solar Apocalypse, mit der ich vergangenen Donnerstag bereits begonnen habe. Und dafür wird es am Donnerstag kein Video hier auf YouTube geben. Wenn ihr also am Donnerstag mich sehen wollt am Abend, dann müsst ihr zu Twitch rüberkommen, live. Und dann könnt ihr aber auch mit mir chatten, so interaktionsmäßig. Meint mir nicht erschrocken. Die ganzen Geräusche hier und ich als Hirnwürstel, das ist einfach eine ganz interessante Kombination. Hi, Squitchy. Huhu, guck doch mal hoch. Hallo, Squitchy. Hey, da war doch jetzt irgendwo eine Spinne dabei. In dem Gewirr der Stimmen. Na, das ist so schön. Ich frage mich, wie schön grün das dann sein wird, wenn erst mal Sommer ist. Weil dann ja das ganze Grün... Oder Frühling. Weil dann ja das ganze Laub wieder viel kräftiger grün wird und so. Ich, ganz ehrlich, so sehr mich der Winter nervt, weil ich hier dauernd am Frieren bin. Ich finde es schon cool, die Mod, die Serene Seasons. Ich finde das schon cool, dass sich da das Farbschema ändert, dass sich das Wetter ändert. Tatsächlich schneit es etwas weniger gefühlt. Also es schneit nach wie vor, aber es schneit etwas weniger. Und im Hochwinter hat es ja sehr viel geschneit. Dann ist da Schnee liegen geblieben. Das ist toll. Ich frage mich, ob es dann im Sommer zum Beispiel vielleicht mehr gewittern wird. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich habe noch nie im Sommer gespielt. Ich habe immer nur Frühling angedacht und am Winter ausprobiert, weil es sich im Winter so viel ändert. Aber ich glaube, ich habe im Sommer noch nicht so gespielt. Was ich jetzt noch mache, ich schaue noch mal runter zu den Bäumen. Das könnte natürlich sein, dass die Chunks jetzt nicht geladen waren, dass ich zu weit weg kann. Das sieht schon cool aus. Ich meine, dass da jetzt so viel Schnee liegt, ist jetzt nicht unbedingt so cool. Aber es sieht schon cool aus, dass das hier jetzt... Kann es sein, dass der Stein mit nach oben holt? Kann es sein? Er kann nicht mehr. Er hat ausge... Ausge... Was? Der verwandelt jetzt den Stein oder wie? Oder verwandelt das da den Stein? Nee, der hat... Nee, den habe ich ausgeschaltet. Der ist aus, der da hinten ist aus. Und der ist, glaube ich, fertig. Der hat nämlich diesen... Ich mache mal hier die Sachen weg. Der hat jetzt diesen Kern nicht mehr. Doch, der hat den Kern noch. Okay. Ich mache hier einfach mal die Erze weg, um zu sehen, ob der aus dem Stein dann auch noch Erze macht. Ich weiß es nicht. Ich höre dich, Enderman. Ich höre dich ganz genau. Ich hatte nur eben den Eindruck, dass der hier mit dem Stein nochmal was getan hat. Warum der den Stein hochholt, weiß ich nicht. Ich dachte, er sollte nur Erze hochholen. Ich meine, er hat ganz offensichtlich Stein generiert. Oh, ja. Verstehe ich. Ja, das geht... Ah, ja. Okay. Wenn der keine Verbindung mehr hat zum Erdboden, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Vielleicht gebe ich ihm mal doch lieber noch etwas Erde. Herr Enderman, warum teleportieren Sie sich in der Gegend rum? Ich höre das. Ich meine, dass jetzt nicht unbedingt Dias dabei sind und ich brauche es ja eigentlich auch nicht. Das ist mir auch irgendwo klar. Dass aber wirklich nur so diese ganz normalen Erze hier hochkamen und auch kein Deep Slate, ganz offensichtlich. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich hatte nämlich gehofft, dass vielleicht von Jams und Schulz vielleicht ein paar Erze dabei sind. Aber es kann auch sein, dass er die schlicht und ergreifend nicht erkennt. Und deshalb auch nicht hochholt. Und dem kommt es nicht hoch. Jams und Schulz kommt mir auch nicht hoch. Wisst ihr, was ich... Oh, er holt Dinge hoch. Okay, er holt noch Dinge hoch. Wisst ihr, was ich jetzt mal gemacht habe? Ich habe bei Patreon ein Abo abgeschlossen für den Creator, der Jams und Schulz macht, weil ich wirklich, ich liebe diese Mod einfach. Ich finde das so fancy. Und ich habe gelesen, dass er oder sie... Was machst du? Man weiß es nicht. Du existierst einfach nur. Ich habe gelesen, dass er oder sie... Jetzt hat es ja auch begonnen. Ich kriege den Satz noch zu Ende, ganz ruhig. Ich habe gelesen, dass er oder sie vorhat, auch eine Fabric-Version zu machen. Und es war so ein... Ja, hier auf der Fabric. Ja. Und dass der aktuelle Rechner aber ein bisschen schwach ist und er oder sie nicht mal die eigene Mod mehr spielen kann, weil der PC das quasi nicht mehr reißt. Und das ist so ein... Moment, man macht so eine geile Mod und dann kann man die nicht mal selber spielen? Das finde ich blöd. Und ich meine, das bisschen, was ich ihm jetzt da quasi zukommen lasse, ihm oder ihr, ist jetzt nicht die Welt. Aber ich habe das... Ich habe einfach das gute Gefühl, jemanden zu unterstützen, der mir einfach sehr viel Freude bringt. Und das finde ich richtig so. Und ich packe das jetzt hier rein, weil... Es gehört eigentlich unten hin, aber ich will das jetzt nicht aufbauen. Ja. Und ich irgendwie... Keine Ahnung, ich freue mich einfach riesig. Ich glaube, ich bin auch erst die dritte zahlende Subscriberin... Subscriberin? Subscriberin. Und er oder sie hat sich da auch gefreut und das war so ein... Ja... Geteilte Freude ist doppelte Freude und wir sind alle happy und... Ähm... Jetzt dürfte ich mir, glaube ich, irgendwie einen Gegenstand mit einem Edelstein aussuchen und das war so ein... Ich muss eine Entscheidung treffen, das ist doch nicht dein Ernst. Ihr sollt... Wir sollen nicht bei der Aufregung eine Entscheidung treffen, das kann ich gar nicht. Ach ja. Also... Wisst ihr, wenn es noch nicht ganz angekommen sein sollte bei euch, ich leide ja unter Sozialphobie, ich habe richtig Probleme, unter Menschen zu gehen und da spielt es tatsächlich keine Rolle, ob ich die Leute schon kenne oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich sie mag oder nicht. Ich habe einfach generell Probleme. Und wisst ihr, warum das überhaupt so diagnostiziert wurde? Jemand, der gerne alleine ist, gerne sich ein bisschen abgrenzt und damit gut auskommt, der hat kein Problem und deshalb hat er auch keine Sozialphobie. Die Sozialphobie hat man nur, wenn man damit, dass man alleine sein möchte und möchte in ganz großen Anführungsstrichen, wenn man damit ein Problem hat. Und ich mag Menschen eigentlich total. Also... Ich mag sie und ich mag Menschen auch nicht. Und das möchte ich kurz erklären. Ich mag Menschen, weil ich Menschen unglaublich faszinierend und interessant finde. Und ich unter gewissen... Da springt doch schon wieder was rum. Unter gewissen Personen fühle ich mich auch einfach sauwohl, aber es zehrt unwahrscheinlich an meinen emotionalen Reserven. Und da spielt es keine Rolle, ob die Erfahrung, die ich da mit den Menschen mache, positiv ist, ob ich die Menschen mag oder ob ich sie nicht mag. Das zehrt gleichermaßen und mein sozialer Akku ist dann einfach sehr schnell erschöpft. Und das führte irgendwann dazu, dass diese Phobie aufgetreten ist. Und das führte dazu, dass ich halt dann auch teilweise das Haus gar nicht mehr verlassen konnte. Inzwischen geht das wieder. Worauf ich aber hinaus wollte, ich habe trotzdem das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Und wie gesagt, ich kann das schon genießen, wenn ich mich jetzt mit meiner besten Freundin treffe, kann ich das schon genießen. Und ich finde das schön, ich bin halt trotzdem danach mega erschöpft. Und ich bin mir sicher, dass das einige von euch nachvollziehen können. Und die, die das vielleicht noch nicht als Phobie haben, die wissen halt einfach nur, dass sie gut auf sich aufpassen müssen und das ein bisschen dosieren müssen, was sie da machen. Bei mir ist es halt so weit, dass ich ernsthafte, mentale, gesundheitliche Probleme dadurch bekommen habe, weil ich mich auch sehr lange einfach zu allem Möglichen gezwungen habe, weil ich dachte, naja, das geht schon. Ich muss mit genügend Willenskraft, funktioniert das schon. Und nein, es hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Jetzt wollte ich aber sagen, dass ich mich trotzdem immer freue, wenn mir jemand schreibt oder wenn mir jemand Aufmerksamkeit schenkt. Ich finde das unglaublich schön, weil dadurch, dass ich halt eben wenig Kontakt habe und ich weiß, dass es nicht unbedingt gesund ist, aber es ist halt auch nicht total ungesund, weil es ja nicht irgendwelche Ausmaße annimmt, die bedenklich wären. Also wie gesagt, ein realer Kontakt ist halt auch nochmal was anderes, aber ich freue mich einfach so drüber und wenn das halt dann auch noch mit Leuten ist, die ich interessant finde, dann ist das so ein Ja, intelligente Konversationen. Es ist eine ganz tolle Sache. Ich wollte eigentlich noch irgendwas machen, deshalb renne ich hier gerade so ein bisschen wirr rum. Ich wollte nochmal Köpfe bestellen. Hier, wieder habe ich Köpfe, wollte ich nochmal bestellen, habe ich vergessen, welche ich bestellen wollte. Wollte ich mir aufschreiben, habe ich nicht gemacht. Machen wir das nächste Mal, es geht ja alles. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Hydra haben wir gemacht, die Feldfrüchte haben wir gemacht. Köpfe habe ich angesprochen, die Moosfarm, ja, die Doppelkist, Entschuldigung, die Doppelkist, die hier steht, haben wir gemacht, Inneneinrichtung. Wollen wir hier tatsächlich, ich glaube, wir wollen, wisst ihr was, wir wollen hier tatsächlich nochmal was machen. So, ja, ja, nicht schreien. Dann muss das weg. Ich glaube, ich habe hier noch so ein paar Köpfe. Ich habe hier noch ein paar Köpfe. Moment, Sekunde. Ich habe hier Bücher. Ich habe hier, ich habe hier Bücher. Oh, ich habe hier Bücher. Ich, ja, das ist schön. Ich wollte auch noch weitere Bücher haben, aber jetzt habe ich hier Bücher. Und tatsächlich, denke ich, möchte ich das hier so machen. Nee, das möchte ich hier nicht. Geh mal raus so. Dich möchte ich hier hin haben. Dann möchte ich euch hier hin haben. Und dann packe ich dich dahin. Kann man machen, oder? Ich kriege die nicht anders gedreht. Die sind so gedreht, wie sie sind. Ich kann die nicht andersrum reinmachen. Nein. Nein, du darfst da bleiben. Du kommst raus. Du kommst wieder in mein Inventar. Du kommst da hin. Wir packen das hier weg. Und dann... Nein. Dann. Dann. Dann müssen da noch mehr Kerzen hin, weil einer alleine einfach doof aussieht. Dann finde ich das so auch sehr nett. Ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen? Das Schnattern vom Chamäleon. Wie soll man das nennen? Was ist das? Das ist ja kein Grunzen. Also Schnattern finde ich tatsächlich recht treffend. Ja, dich meine ich. So, wo gehörte das jetzt hin? Das gehörte hier hin. Hier waren die Eier drin, die ich rausgenommen hatte. Weil wegen... Ja. Was bist du? Du bist so ein Gemischtes. Und ich glaube, die Gemischten hatte ich hier. Hier hatte ich die Gemischten. Das kommt da rein. Und die Bücher... Die Bücherköpfe... Ich meine, ich wollte ja auch eine Bibliothek machen. Da drüben. Da sollte ja eine Bibliothek rein. So, achso. Ja. Ich kann... Plopp weg. Plopp weg. Ich weiß, dass du wegploppt. Das ploppt schon weg. Dankeschön. Passt mal auf. Ich bin gerade am überlegen. Die Bücher... Also die Buchköpfe... Die würden ja dann irgendwann hier drin landen. Wenn da oben eine Bibliothek ist, dann würde ich das hier reinpacken. Wo ist der Schneemann? Wo ist der Schneemann? Da ist der Schneemann. Warum bin ich jetzt hierher geflogen? Man weiß es nicht. Ähm... Ich muss mal ein paar Sachen wegpacken. Und... Das hier. Und... Die Türen habe ich nicht abgebaut, weil ich so schlau bin. Nein. Frei. Ja, so. Und dann würden ein paar Köpfe eh dann ausgestellt werden. Ich glaube, das ist dann schon ganz... Ganz sinnvoll, dass ich mir die aufhebe. Dann kommt hier das Bild hin. Und jetzt muss ich halt... Das Bild wiederkriegen, das ich da hatte. Ja, ja. Das könnte jetzt dauern. Dann kann ich das hier wegmachen. Und das hier. Aber hier ist so voll. Ich glaube, das sollte ich erstmal schauen, dass ich mein Inventar etwas leerer bekomme. Da holen wir von oben doch einfach mal ein paar... Ähm... 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 Und dann brauche ich noch eines, das nicht mehr in mein Inventar passt. Moment. So. Ähm... Und da möchte ich... Möchte ich da einfach so eine Klappe haben. Ich glaube, ich möchte einfach noch so eine große Klappe dabei haben. Ähm... Sie hat eine große Klappe. Wo will ich hin? Ach ja. Oh ja, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. So. Und oben möchte ich dann die Klappe haben. Und... Und... Das und das möchte ich unten haben. Dann möchte ich das hier so haben. Und dann musst du hier hin. Und dann könnte ich hier die Köpfe reinpacken. Moment. Die Bücher... Würde ich... Das ist ein Bücherregal. Die haben hier auch noch Bücher. Was bist du? Man weiß es nicht. Sicher irgendwas Interessantes. Die Bücher packe ich mal hier unten hin, damit ich die besser wieder finde. Was bist du? Ach, du bist... Ein Zeitungsstapel. Moment. Den Zeitungsstapel würde ich vielleicht sogar schon irgendwo hinpacken. Nämlich... Eigentlich... Bist du so vor der... Na? Vor der Haustür der Zeitungsstapel. Das... Das sieht schon... Das sieht schon nice aus. Was mache ich jetzt mit dir? Du kommst rein. Du kommst dann halt hier rein. So. Dann müsste ich die Dinge hier... Da packe ich die Werkzeuge rein. Ich habe so überhaupt keinen Plan, wie ich das machen soll. Aber ich packe hier mal die Werkzeuge rein. Dann ist mein Inventar trotzdem voll. Ja. Dann packe ich hier jetzt die anderen Sachen rein. Ich weiß, die passen eigentlich nicht wirklich hier rein, aber... Irgendwo muss ich die Sachen halt unterbringen. Jetzt bringe ich sie halt hier runter. Hier habe ich auch noch viel Werkzeug. Okay. Wisst ihr was? Das ist jetzt. Wurscht. Wurscht. Ich packe die jetzt einfach so rein. Es waren vier und nicht sechs, ganz offensichtlich. Ich packe die Sachen eben hier rein und das packe ich auch weg. Ich muss nur gerade ein bisschen Platz schaffen. Die Sachen kann ich eben runterbringen in den Keller. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Du kommst da rein, du kommst da rein. Und dann brauche ich, weil ich gar nicht sechs Einheiten brauche, sondern acht, brauche ich jetzt noch zwei. Und da würde ich dann unten so eine große, breite Schublade hinmachen, weil ich finde, das sieht unten eigentlich immer ganz nett aus. Und das wäre dann das hier. Das sieht natürlich viel fancier aus, als es eigentlich sein sollte. So, einfach mal rein damit. Sortieren darf nicht Aufnahme, Terry. So, und oh. Na, kriege ich es noch irgendwo unter? Nö. Dann packen wir das ganz frech einfach hier rein. Und dann würde ich das so machen. Ah, okay, das ist zu. Ah, okay. Ja. Boah, doch. Wisst ihr was? Ich lasse das so. Oder ich packe das hier. Hm. Ja. Ja, ja. Genau, so sehe ich das auch. Ich packe das hier oben hin. Das packe ich weg. Äh, Moment. Ich brauche eben, ich brauche, ich brauche eben mein Regal. Regal, 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 Regal. Wo, wo kommt das Regal? Na, komm schon. Da. Als letztes natürlich. Nein, so und so. Oh, oh. Ich glaube, dass mir die Gegenstände gerade irgendwo hingetropft sind, wo ich sie nicht haben wollte. Also wie gesagt, Nichtaufnahme, Terry darf hier, darf hier aufhaben. Ich will das. Ich will gerade nicht. Ich habe gerade keine Lust. So. Und dann das vielleicht hier hin. Und ja. Ja, besser. Habe ich wirklich alles aufgesammelt? Ich bezweifle es ja irgendwie. Ich meine, mit meiner Schlup, mit meinem Schlup-Hufeisen sollte ich alles angezogen haben. Ich schaue jetzt trotzdem draußen noch, ob doch nicht noch was draußen rausgeglitscht ist. Ein Erfahrungspöpsel. Aha. Ich hoffe einfach, dass ich alles eingesammelt habe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass ich alles eingesammelt habe. Das. Die Zeitungen, die passen da super hin. Finde ich klasse. Ich bin mal wieder total begeistert. Und das hier. Eigentlich wäre hier ein Armour-Stand fürs Kabuff auch noch nett. Habe ich hier irgendwas drin? Nein. Dann würde ich tatsächlich. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, ich habe... Oh, ich visioniere. Ich visioniere ganz gewaltig. Wir packen das hier weg. Dann hatte ich vielleicht noch einen Armour-Stand hier. No. No. Muss ich nochmal machen. Wie wäre es, wenn wir... Hier kann ich dann in aller Ruhe mein Pyjama hinhängen. Und das kommt dann runter ins Kabuff. Das ist doch eine Idee, oder? Dann ist es trotzdem ausgestellt. Man kann es sich trotzdem anschauen. Im Kabuff würde ich eh keine wichtige Rüstung hinpacken. Da passt die super. Ich brauche, glaube ich, da von einem Half-Slap. Habe ich da vielleicht noch einen? Ich glaube, ich brauche hier von einem Half-Slap und hier von 7. Irgendwie so. Oder 6. So, jawohl. Und dann haben wir wunderbare Dinge erreicht heute. Und wir schauen nochmal schnell in den Essenzkeller, ob die Karotten und Kartoffeln gewachsen sind. So. Na also. Okay, das da oben sieht jetzt doof aus. Weil halt die Hirse jetzt... Kann man das so machen? Nee, weißt du was? Dann... Dann bin ich einfach mal doof und mache das vielleicht so. Auch nicht, oder? Nee, ich glaube doch, dass das hier besser war. No! Jetzt muss ich das wieder ganz genau so hin platzieren, so. Ja, weil ich mich mal wieder nicht entscheiden kann. Ich wollte nicht nur klappen, ich wollte irgendwie noch was Besonderes. Und dann wollte ich es doch nicht und... Ich finde, das sieht lustig so aus. Und es ist vielleicht doch so besser, also so einfach gehalten fürs Kabuff, weil das hier ja kein besonderer Raum ist. Das ist ja eigentlich der... Der Gäste... Das Gästezimmer. Da hat man ja nicht die super wertvollsten Sachen drin. Ja, ich will diese Honden dekorieren. Und ja, es sieht alles einfach so super schick aus jetzt. Und hier muss ich halt nochmal ein Pyjama machen. Eigentlich wollte ich ihn weiß machen, aber vielleicht... Vielleicht mache ich ihn doch rosa. Damit es ins Zimmer passt. Nur damit es ins Zimmer passt. Na ja. Gut. Dann hätten wir für heute alles erledigt. Ich hoffe, ich denke dran, mich um die Moosfarm zu kümmern, also mir das nochmal anzuschauen. Und wir wollten noch die Felschule schauen. Ja, ich hatte es schon fast vergessen. Ich hatte es schon fast wieder vergessen. Und die Köpfe schaue ich mir an, Twitch-Link in die Beschreibung. Aber ich... Ich entschuldige mich jetzt schon, falls das Hirnwürstel wieder zuschlägt und ich nicht dran denke, weil... Es ist halt... Es ist halt... Es ist wie es ist. Es ist wie es ist. So, und kann ich die... Ich könnte die eigentlich wegmachen. Und ich packe die Eier hier hin, dann vergesse ich sie vielleicht nicht. Ich hoffe... Ja, schön. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass wir uns am Donnerstag auf Twitch sehen. Dass ich mit euch chatten kann. Ich wünsche euch wie immer einen ganz wunderschönen Tag. Und ansonsten bis Samstag oder einfach bis zur nächsten Aufnahme. Bye, bye.